Heute habe ich leider, leider auch mal andere Reifen drauf ziehen müssen. Heute war so ein bisschen Domino Day Spiel, weil wir müssen uns gleich mal umdrehen. Da haben wir 7er, da haben wir Midos, da haben wir Ronda 0058, da haben wir nochmal Midos, dann haben wir vorhin noch E46 Räder gelegen, weil eigentlich war der Plan, ich fahre E46, aber E46 ist nicht fertig, hat keinen TÜV, Brems geht nicht, dafür springt er jetzt mal wenigstens halbwegs sauber an und dann ist ja gut, dann nehme ich die Räder von E46 und packe die auf dem Zettli. Problem ist, Zettli hat 3,30 Bremsanlage, passt kein 16 Zoll mehr drunter, muss mindestens 17 Zoll sein. Dann ging das große Rädersuchen los, weil auf dem 7er habe ich auch die originale Winterreifen vom E38 jetzt drauf gemacht, aber ein Rad war auf dem 3,25 gewesen und für den 3,25 habe ich jetzt eine Ronda 0058 gemacht, ins Thema 17 draufgekloppt und das ist jetzt hier alles Spielerei bzw. Ausprobiererei. So, in den Status hatte ich was gefragt und da haben über 1000 Leute keinen Spaß mitgebracht. Einer, ein einziger hat erraten, was dieses Gerät hier ist, da kommen wir aber erst später drauf. Weil dieses Gerät hat was mit Rädern zu tun. Dieses Gerät hier hat auch was mit Rädern zu tun. Das ist ein Schleifpolierbock bzw. momentan ist noch ein ganz normaler Schleifbock. Dürfen 300 Scheiben drauf, da kommen dann Polierscheiben drauf und dann kann ich hiermit alles mögliche polieren, aber keine Räder, weil das dreht sich so und so eine Felge da rein halten muss man Lebensmittel sein, mache ich nicht. Das ist dann so für Ventildeckel, Gehäusedeckel, Kleinteile, was auch immer. Ja, das Ding habe ich auf den Schrott gezogen. Jetzt habe ich die Verkabelung komplett einmal neu gemacht, weil das Problem war gewesen, das Ding ist, keine Ahnung, Baujahr 1960, 70 irgendwas, Eisenadern drin gewesen, alles weggegammelt, war eine klassische Nullleitung, was das ist, muss ich kurz erklären, PE, also der Grün-Gelb zusammen mit Neutralleiter aufs Gehäuse gelegt, das ist seit 1970 verboten, das darf eigentlich seit 1970 nicht mehr sein. Und das war bei der Maschine noch so und da wäre mir direkt, wenn ich die eingeschaltet hätte, wäre mir da halt der RCD, ein FI, der mich brechen geflogen. Ich habe das ja mal vor Jahren gelernt, dieser Krampel. So, das ist das eine Gerät, jetzt fragt ihr euch ja, wie willst du damit Felgen machen? Geht nicht, ne? Jetzt habe ich ein anderes Gerät mir im Kauf. Das ist das andere Gerät zu sehen. So, wenn ihr euch das jetzt anguckt, das hier unten, das Teil hier, das ist ein Elektromotor, der hat über 3 PS, ich glaube sogar mehr, der müsste, glaube ich, 3 kW haben, 1 kW sind 1,36 PS, also das Ding hat, glaube ich, 4 PS, knapp 4 PS, oder eventuell. Das Ding hat 4 PS, also das Ding hat 3 PS rum. Zur Erinnerung, das Teil dahinten hat 0,8 kW. Also das ist, also damit kann man sich ganz locker, easy, Hände, Arme, oder vielleicht auch so ein ganzer Obertorso abreißen mit dem Ding. So, was ist das genau? Das nennt sich Wellenschleifgerät. Also ich habe jetzt hier zwei Wellen und kann dann hier vorne in das Spannfutter, kann ich mal alle möglichen Sachen einspannen. Auf der dicken Welle ist noch was eingespannt. Hier ist so ein Schleifer und das kann man austauschen. Also am Schattenschleifer könnte ich jetzt hier eine 125er oder 150er Baumwollscheibe nehmen und könnte damit polieren. Das heißt, ich kann das Teil so nehmen und fahre dann quasi so in der Felge drin rum und kann damit polieren. Diese Maschinen sind abnormal teuer und ultraschwer, in Anführungszeichen, oh, das hat ja nicht ausgegangen, egal, und ultraselten zu finden. Ich habe mich mit der Thematik ein bisschen schlau gemacht und habe mir gedacht, okay, ich hole mir so eine Welle, hole ich mir von meinem Polierbock. Da gibt es so Umrüstkits oder kann man sich selbst bauen und da habe ich so geschaut, diese ganzen Gerätschaften, die fangen alle so bei 3 PS an. Da habe ich gesagt, okay, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, da ist das Teil an so einem Polierbock wahrscheinlich zu schwach, weil in der Welle wahrscheinlich einen Haufen Energieflöten geben wird. Dann habe ich mich danach schlau gemacht und habe echt ewig erstmal gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie so ein Gerät heißt. Es gibt so ein Video, was ich mir angeguckt habe, wie jemand mit so einem Ding Felgen poliert und der erwähnt das nur ganz kurz, dass er eine flexible Welle hat für zum Schleifen. Und wenn du eine flexible Welle eingibst, dann findest du für Dremel oder sowas, findest du so Teile. Das ist quasi dasselbe Prinzip, bloß halt in Brutal. Und vor allem ist das Ding auch brutal alt. Da ist nämlich noch hier so ein Bauerntotstecker dran. Den will ich heute noch umbauen. Dann machen wir eine normale CE-Kupplung dran und dann mal schauen, wie das Gerät funktioniert. Also ich persönlich habe es bei Abholungen einmal laufen lassen. War aber auch das Problem, ich habe das von einer sehr alten Frau abgekauft, die das von ihrem Vater geerbt hat, der einen Maschinenbaubetrieb hatte. Und da hat das Ding halt da gestanden und die hat keinerlei Ahnung gehabt. Weil das Problem war gewesen, wenn ich das Teil einschalte, läuft direkt die untere Welle, weil ich brauche die dicke Welle für was Großes Einsehensparen. Und keiner hat gewusst, wie man das umschaltet. Dann musste ich hier irgendwann den Hebel ziehen und das dann hier so runter drücken. Aber sie sieht es hier an der Seite. Hier siehst du, das kannst du einrasten lassen. So ist die Welle raus. Also so läuft die Welle nicht. Und so ist die Welle abgesteckt und dann läuft die mit. Ich habe noch kein Polierzeug gekauft. Falls der eine Ahnung von hat, weil ich habe gar keinen davon. Ihr habt mich schaut, bei polierbock.de ist eine Seite, da kriegst du alles mögliche, auch komplette Sets. Da gibt es ein Set, Hochglanz, Spiegel, Polieren, Aluminium oder sowas. Das wollte ich mir kaufen. Das ist, glaube ich, ein sechsteiliges Set. Das wollte ich mir kaufen für den Polierbock da hinten. Und nochmal als 120 oder 125 oder was auch immer oder 150er Scheibe für diese Geschichte. Wenn der eine sagt, nee, Polierbock, da kannst du nur, keine Ahnung, nur die Scheiben kaufen, aber die Paste musst du da und da kaufen. Bitte sagt es mir, weil ich habe davon absolut gar keine Ahnung. Und ich habe da echt Bock drauf. Und jetzt habe ich ja die 7er Räder runter. Das müsste gerade mal mitkommen. Und zwar habe ich hier meine Ultra Wheels schon ultra lang auf meinem Auto drauf. Und ich bin die auch im Winter gefahren. Und jetzt seht man hier, überall ist hier der Klarlack quasi kaputt. Hier habe ich schon mal eine Schraube raus gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt diese ganze Maschinerie habe und habe auf dem 7er jetzt Winterräder drauf, ja, dann machen wir das doch einmal neu. Dann machen wir mal hier ultra hochglanz verdichtet, poliert sein Vater mit neuen Schrauben und weißt du, geil, dass jeder denkt, alter Walder, das sind aber geile Räder. Das machen hier vorher schon geile Räder, aber ich denke mir, wenn ich das dann auch alles mache, dann sind das noch viel geilere Räder. Und eigentlich, eigentlich können wir das jetzt sagen, weil die Thematik ist durch. Das hat alles einen Grund. Ich habe mit meinen Borbit Base, ich hole sie mal raus. Wir machen ein kurzer Cut, ich hole meine Borbit Base raus und dann erzähle ich mal was, was quasi den Boden aus dem Fass haut. Ja, genau, bis gleich. Ich glaube, zu der Thematik mache ich mal einfach ein komplett eigenes Video. Wie gesagt, das wird, glaube ich, den Boden durchschlagen und das ist ein eigenes Video wert. Aber jetzt gehen wir nochmal an meine Ultra Wheels. Die Dinger habe ich jetzt raus, diese Zierdinger. Ich hätte auf meinen Bruder hören sollen, weil ich habe es jetzt probiert rauszuschrauben. Natürlich mit einem falschen Werkzeug. Es hat eigentlich gut geklappt, diese auf ein paar. Die sehen dann danach so aus, halt nicht mehr so geil. Und die sind eh verrostet oder oxidiert. Was das ist, bedeutet, wir haben jetzt mit einem Durchschlag so ein Gerät hier quasi durchgetrieben. Und dann, das hier müsste vorne links oder vorne rechts sein, keine Ahnung. Ich habe mich immer gefragt, warum der die Luft nicht hält. Hier, deswegen hält der die Luft nicht. Und vor allem, diese Reifen, die habe ich erst ein Jahr drauf oder so. Und wenn ich mir das so angucke, da ist nicht mehr viel bis zu dem Abfahrnibbel-Kollege hier. Mehr Schiebe habe ich momentan daheim. Aber das finde ich jetzt echt schade. Das sind Hancocks, die haben jetzt vielleicht 20.000 runter, max. Also wenn sie jetzt innen abgefahren wären, hätte ich gesagt, okay, hier ist ein Ordner wegen einem Sturz, was ich hier hinten fahre. Aber der Reifen als solches ist hier abgefahren. Wenn ich mir die Pirellis angucke, die sind halt nur innen abgefahren. Hier müssen sie abgefahren sein. Und hier ist es eigentlich noch genauso gut wie das her, wo die hier jetzt ein Jahr maximal alt sind. So, jetzt die Überlegung. Ich habe die Schrauben rausgemacht. Dann muss ich mir Beize holen. Und dann beize ich den Klarlack hier runter. Und dann gehen wir hin und dann polieren wir das mit dem geilen Gerät, wenn bis dahin mir jemand gesagt hat, was man da am besten vernimmt. Weil diese Zielschrauben, die gibt es wohl neu für wenig Geld. Und in allen möglichen Farben. Und dann mache ich da ein paar neue Schrauben noch drauf. Also ich will den Stern silber lassen oder ich denke, wenn auch wieder silberne Zierschrauben drauf kommen. Maximal vielleicht goldene. Goldene würde ich noch füllen. Goldene, Kameramann grinst. Ja, aber dann auch goldener Stern. Nee, goldener Stern mache ich nicht. Das Thema hatten wir bis zum Erbrechen schon mal mit dem Benni gehabt. Das macht man einfach nicht, weil dann nimmt man quasi die Käuferschaft von so einer Felge, wird dann extrem kleine durch. Deswegen mache ich auch bei den Mythos keinen goldenen Stern. Ihr habt es bei den BWS-RCs und da ist das in Ordnung, weil das kommt dann anstelle von dem Borbit Base auf mal 3,25 und dann ist das gut. Übrigens, ich bin am überlegen, die Borbit Base auch zu verkaufen. Also wenn der ein Interesse daran hat, 7,5 und 9 mal 16, ET15 auf der Hinterachse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie wohl verkaufen will, weil ich habe kein einziges Fahrzeug, wo sie drauf passen. 3,18 IS, 5 Loch. 3,25, 5 Loch. E30 M3, passt gar nicht drauf, weil Bremsen zu groß ist. 3,25 M3, beziehungsweise 3,28 M3, passt auch nicht, Bremsen zu groß und auch 5 Loch. Der einzige E30, bei dem es noch passen will, ist der 3,18 IS, den ich habe. Und bei dem bin ich überlegen, dann zu verkaufen. Beziehungsweise ich habe noch was zu verkaufen. Ein Kreuzspeichen, 4x100. In 7x15, also die originalen Kreuzspeichen habe ich einen Satz, kann auch weg. Da ist komplett neu gepulvert, brauche ich nicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. So, was wollte ich machen? Also ich wollte an dieses Gerät mal, dieses geile Schleifgerät hier mal einen neuen Stecker dran knuddeln. Und dann schmeißen wir das zusammen mal an, ich bin nicht scheiß drauf. Gehe ich hier mit meinem Messgerät auf Durchschalten. Das heißt, wenn ich Kontakt habe, dann macht das ein Geräusch. Dann habe ich einen Kurzschluss in der Hinsicht. Gucken wir mal an den kleinen Stecker. Weil ich glaube, der hat auch gar kein PE. Beziehungsweise wahrscheinlich ist, ich habe mir die Belegung von dem Ding an durchgeguckt. Mich würde es ja wundern, wenn das eine PE ist und das andere neutral ist. Ne. Ne, ich gehe von aus, der hat überhaupt kein PE. Ich petze mal das Kabel hier ab. So, jetzt habe ich mal den Stecker abgepetzt. Mich wundert es ein bisschen, weil, ich weiß aber auch nicht, wie die Farbrodierung damals war, oder ob da damals einfach jemand was gebastelt hat. Also wir haben grün-gelb ist PE, also Erdung. Blau ist normal, Neutralleiter. Braun und schwarz sind normal Phasen. So, dieser Motor, das ist ja ein Drehstrommotor, der müsste eigentlich, oder beziehungsweise der hat, UVW, das sind die Wicklungen. Und dann hast du normalerweise pro Wicklung eine Phase. Man kann so einen Drehstrommotor auch mit zwei Phasen laufen lassen. Das geht. Dann hat er weniger Leistung. Und man kann ihn mit einem Kondensator eine dritte Phase simulieren, durch Phasenverschiebung. Jetzt denke ich alle, was? Mein Bruder hat auch ganz viele Fragezeichen im Gesicht. Das hat was mit dieser Sinuskufe zu tun. Und die sind dann unterschiedlich quasi getaktet. So, das ist jetzt der Einschalter von diesem Gerät. Das will ich dann auch alles neu machen. Bloß das Problem ist, hier ist eine Vieraderleiter drin. Wenn würde ich eine Fünfaderleiter reinlegen, eigentlich brauchst du nicht, wenn hier keine Steckdose vorhanden sein sollte. Jetzt frage ich mich, wo ist der blaue jetzt hier aufgelegt? Ist das der noch, wo da zu sehen ist? Weil das sieht für mich aus, als würde das Kabel hier, wenn du das anguckst, von der Farben her, neu gekommen sein. Und das wäre dann kein Neutralleiter. Das wäre dann fatal, wenn ich das... Ja, okay. Weil eigentlich müsste ich das... Gut, und hier ist die... Gut, dann sind das drei Phasen. Das heißt, drei Phasen und PI. Das kann ich jetzt schon mal anschließen. Das ist kein Problem. Das ist eine geile Zange. Was denkst du, was so eine Zange kostet? 140 Euro. Was denkst du, was man mit so einer Zange macht? Abisinn. Nein, das ist eine Ader-Endhülsen-Bresszange. Und die verdresst garsticht. Das ist eigentlich total egal, ob das garsticht ist oder nicht, aber der funkt bei dieser Anwendung hier. Aber ich finde es geil. Und ich habe mir die ausgeliehen. Also die ist nicht hier privat. Weil so eine Zange kostet 400 Euro. Geil, ne? Für so ein bisschen Zange hier. 400 Tacken. Aber das macht auch... Das muss sein. Das macht doch noch Bock, damit zu schaffen. Zange, pass auf. Jetzt guck dir das an. Du musst das so von vorne filmen, wie diese geile Backen dann zusammengehen. Achtung. Zack. Hammer. Ich liebe diese Zange. So, ich mache das schnell fertig. Da war schnell ein Stecker dran. Und dann sehen wir uns in der Steckdose, beziehungsweise wie hier bei mir im Dorf wahrscheinlich alle Lichter ausgehen werden, weil das Teil brutal bauert, Junge. Ja, da passiert nichts. Das muss nicht fest sein. Das durch Fliehkraft und so, zieht sich das von alleine fest. So. Ich will euch jetzt erstmal zeigen, mein Schleifbruch. Das Ding habe ich momentan rausgeworfen. Was ist das? Saisonskast. Ne, Motorschutzschalter. Da kommt er wieder rein, weil eigentlich war an dieser Gerätschaft so ein großer Kasten mit einem Regler, da konnte man die Drehzahl einstellen. Aber wenn ich das dann eingeschaltet habe, hat es aufs Gehäuse ziemlich brechend Spannung draufgekommen. Keine Ahnung warum. Das war aber nur ein Bruchteil von der Sekunde, aber das hat ausgereicht, dass der RCD geflogen ist. Bis ich den Fehler gefunden habe, hat lange gedauert. Aber ich habe nur dann Gott sei Dank gefunden und dann habe ich das Teil rausgeworfen. Ich schmeiße mal das Gerät an. Achtung. Geil. Vor allem, das Geräusch haben wir am Anfang gehört. Die ist so, Patsch. Das ist jetzt auch die so Stabe, also die Anlage. Hört sich brutal an, ne? Also das ist die Gerätschaft. Die Gerätschaft hier dreht 3000 Touren. Das ist fürs Polieren, so wie ich gesehen habe, so das Maximale. Ach, kurze Erklärung, warum wir das brauchen. Warum brauchen wir das? Das ist ganz einfach. Und zwar, hier kannst du an diesem Teil kannst du einstellen, wie viel Strom hier drüber fliehen, fließen darf, bevor der auslöst, ne? Du denkst, da brauchst du doch gar nicht, hast doch eine Sicherung. So, du hast aber an der Sicherung, was ich habe, ich habe ein B16er Automat, das heißt 16 Ampere, dürfte drüber fließen, bis das Ding auslöst, ne? B, Charakteristik, hat was mit zu tun, wie schnell es das Ding auslöst. So, wenn ich jetzt aber 16 mal 400 nehme, weil 400 Volt haben wir hier, ja? Ich muss mal kurz hier mal ausrechnen, einen Teilchenrechner. 400 war 16. 4300. 6400, das sind 6,4 kW. Das Gerät, erinnern wir uns, hat 0,8, ne? Das Problem ist, wenn das Teil, warum man immer extrem stark belastet, wie diese Welle, und die keilt, dann der Motor, der will einfach, der hat einfach Bock, dem ist egal, was da hinten dran passiert, und dann zieht er sich Strom bis ins Unendliche, in Anführungszeichen, wirklich bis ins Unendliche, Rechnerich, in Anführungszeichen, und wenn quasi der Automat hier drin ablöst, ist das Ding schon abgebrannt. Oh, jetzt habe ich brutal Schwung. Ist das Ding quasi unabgebrannt. Deswegen ist so ein Motorschutzschalter, also, ich würde sagen, eigentlich Pflicht, das ist, wie das Ding schon sagt, Motorschutz, das schützt diese Windung von diesem Teil. Das heißt, das Ding muss wieder eingebaut werden, ist aber gar kein Problem, weil ich habe da Ahnung, wie man das anschließen muss. So, jetzt haben wir das angeschlossen, jetzt haben wir meinen Steckel fertig an meinem Lenschlack, Gerät, und jetzt gucken wir mal, ob das auch so funktioniert. Steckel ist drin, Sicherung ist auch noch drin. Immer schon mal gute Sachen. Was? Schiss, das ist ja so. Stapfen. Also, vier Leiter hier dran, wir haben dreimal Phase, ist klar, und PE. Passt eigentlich, weil, wir haben ja alle drei Phasen gleich stark belastet, das heißt, es fließt über die auch wieder zurück. Bruder, du, Fragezeichen. So, ich schalte das Gerät jetzt ein. Ja, ich schalte eben die Dinger in die Hand, bevor die jetzt auf den Bordel, da passiert noch. Geil, oder? Diese Gerätschaft, das hast du dann schadiert ist. Jetzt drehen wir da beide. Ja. Drehen beide, ja. Ähm, nochmal ausprobieren. Ich das hier jetzt hier hoch mache. So, jetzt dürfte sich die andere Welle entdecken. Wenn die hier innen ausschaltet, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich geht das gar nicht. Und jetzt ist halt so ein Ding, an dem hier kann man glaube ich die Drehzahl einstellen. Und das, aah, aah, geil. Also muss man dran drehen. Ich weiß halt nicht, ob man da dran drehen darf, wenn das Ding läuft. Jetzt muss ich es ausprobieren. Was ist das da? Was ist das? Ja. Geht auch noch. Ja, aber du wäschst ja jetzt gar nicht, wo du hingedreht hast. Ich weiß auch nicht. Schalte jetzt noch wenig. 25.000. Das ist kein Junge. Verstelldrehen, das sind die Limme. Danke, Sommer. Ich glaube auch, dass ich glaube ich mit dem Getriebe auch nur die obere Welle verstelle. Ich mache mal an und drehe mal dran. ich glaube, dass diese Dreherei für das obere Ding zuständig ist. Ich fahre das nochmal mit dem Tuch. Das geht auch richtig böse und schwer, finde ich. So. Keine Ahnung. Ich glaube, hierfür wird es auch ein Werkzeug geben, weil, Alter, das reißt ja die Pfoten auf mit diesen Pins hier. Und da werde ich schon mal vorne auch was draufstecken. Das sieht nicht so aus. Also wie wir sehen, das Gerät funktioniert schon mal und es dreht sich. Das freut mich schon mal sehr, weil die Frau, die mir das Gerät hier verkauft hat, die hat nicht mal gewusst mich diese Welle hier einschalten. Ich habe dann einfach da dann rumgespielt. Hier steht auch im Stillstand Schalten. Also das ist klar, diese Welle hier dazu schalten sollte man nur machen, wenn das Gerät quasi ausgeschaltet ist. Ja, wird cool, denke ich. Freue ich mich. Sehe ich mich auch so richtig gut nebendran. Don't Performance eher für den Profi. Ne, wird cool. Also ich freue mich richtig drauf. Und ich will auch überlegen, beide Gerätschaften neu zu streichen. Generell bin ich mir überlegen, die ganze Bude hier neu zu streichen. Also ab hier so und dann hier bis komplett rüber bis zum Kratzberg in so einem Andrazit Grau oder so was. Keine Ahnung. Vielleicht weiß ich auch was man noch erzählen kann. Das war's. In diesem Sinne Schau kommentieren. Bisschen wix mal. Glück. Ne, ich habe noch was. Kurzer Nachtrag noch und dann beenden wir das so für heute. Scheinwerfer habe ich komplett zerlegt gehabt. Da sind schon die Objekte der Begierde drin. Weiße Blinkergläser und hier sind die Streuscheiben in, ja, nicht neu, aber halt in besser als diese bei mir drauf hatte. Eigentlich war ja der Plan, dass ich den Z3 jetzt mit Winterreifen, weiß nicht, habe ich den ganzen Kremlitz mitgenommen gehabt und wollte die Dinger schon zusammenkleben. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt doch nicht gemacht haben, dass es doch nichts gepasst hat, weil ich wollte eigentlich diese Streuscheiben hier, das sind die jetzt vom Engländer, die wollte ich eigentlich nehmen, die wollte ich nicht nehmen, ich wollte von Anfang an die anderen nehmen, beziehungsweise ich wollte mir einen Satz so machen, dass der gescheit aussieht, weil hier, das ist ja der Froh-Facelift, der hat diese Chromringe hier dran und die sind bei meinen, wenn ich jetzt mal zum Vergleich einen rausholen, die sind gar nicht mehr existent, die sind komplett weg. Das Problem ist, da hat er halt eine Engl-Eisringe draufgeklebt und dieser Heißkleber, ich weiß nicht, ob man das im Bild überhaupt sieht, der hat sich da quasi ins Glas reingeschafft und das sieht natürlich nicht so geil aus. Jetzt muss ich die Dinger irgendwie sauber bekommen, habe ich jetzt probiert mit Reiniger, kriege ich nicht hin, jetzt nehme ich halt die ganzen Teile und gebe sie ab für zum Polieren und Schleifen, dass das wieder geil aussieht und dann klebe ich die Dinger anschließend erst zusammen und dann noch vielen Dank an den Max, der hat mir hier so ein Kreuz hier verkauft, Fanzetti, aber ich glaube, das werde ich noch mal strahlen und pulveren lassen. Er hat sie mir gesagt, das wäre gepulvert, aber wenn ich mir das so angucke, das ist auch schwarz gestrichen hier, also das ist hundertprozentig gestrichen, also das ist nie und immer gepulvert. Ist mir aber egal, beziehungsweise recht, weil ich lasse Klammer liegen, ich gucke gerade mein Kreuz. Mein Kreuz ist nämlich, ach, wo war denn das gewesen, das ist nämlich ein Auseinandergerissen, hier, hier ist es nicht mehr fest, das ist komplett durchgerostet und irgendwo, glaube ich, da, ja, also das, also meins ist komplett fertig, das brauche ich gar nicht mehr ausprobieren, beziehungsweise zum Pulver oder sonstiges, dann gehe ich hin und nehme das und hier ist draufgeschweißt, das ist auch nicht original. Ne, die Platte ist original, das ist bei dem auch. Das ist zum Verstärken. Und dann hoffe ich, dass Albi bald fertig wird, weil Albi hat sich aufgeopfert, beziehungsweise der hat einfach eigene Initiative ergriffen, hat einen Vorderachsträger vom E36 genommen, hat den komplett gestrahlen lassen, hat einziehen modern einziehen lassen, aber derjenige, der diesen Job hatte, der hat verkackt, der sehe ich in die falsche Position gesetzt und das Ding ist jetzt gerade beim Pulver, und wenn das dann zurück ist, dann baue ich das alles ein ZD ein. und das ist ein Schweiß? Was für's? Kreuz und Nein. Bleibt schwarz. Bleibt alles schwarz. Problem ist momentan, mein Pulver, der hat momentan private Probleme, sage ich jetzt einfach mal dazu, und da will ich dem mit meinem Krempel jetzt nicht auf den Sack gehen, deswegen wäre ich das Auto dieses Jahr, wenn Ende dieses Jahr, weil wir haben ja schon 23, komplett zerlegen und quasi alles neu machen und neu pulvern, weil dem will ich jetzt mit meinem Krempel nicht auf den Sack gehen. So, in diesem Sinne, schau, kommentieren, bla bla bla, wiedersehen, habt euch lieb.